Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich zu unserem nächsten Kennenlern-Seminar am 1. März 2013 in unsere Räume in Nürnberg einladen. Das Seminar findet in der Zeit von 10 bis 16 Uhr statt und dient dazu, dass Sie sich einen Überblick über unser Haus, über unsere Kernkompetenzen verschaffen, aber auch über die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit mit uns im Rahmen des Themas pauschal dotierte Unterstützungskasse. Weitere Informationen können Sie dem beigefügten Beitrag eines vorherigen Kennenlern-Seminars entnehmen. Wir freuen uns auf Ihr Kommen.